Leute, heute habe ich eine neue Legende für euch, eventuell schon die Season 16 Legende Ballistik. Über den habe ich schon mal gesprochen, lange lange her. Ich habe heute aber das Aussehen und die Fähigkeiten von ihm und die Fähigkeiten sind mir absolut neu. Sehr interessante Fähigkeiten, so soll er aussehen. Wie gesagt, ob er in Season 16 kommt, müssen wir erstmal abwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt so noch nicht einmal in Mitte von Season 15 so detaillierte Leaks. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das passt. Wir fangen mal direkt, obwohl das Aussehen kann, nicht mehr hier drin lassen. Wir fangen an mit der passiven Fähigkeit Offensivlegende übrigens. Ihr werdet auch gleich noch feststellen, dass tatsächlich die Loot Bins, von denen ich letztens gesprochen habe, oder über die ich letztens gesprochen habe, dass die scheinbar tatsächlich in Season 16 kommen, weil er profitiert davon. Das sieht man dann auch in den Fähigkeiten. Wir fangen an, passive Fähigkeit Weapon Sling. Ihr könnt eine dritte Waffe aufheben und tragen. Das ist richtig geil. Einziger Nachteil, ihr könnt sie nicht mit Aufsetzen ausrüsten. Ihr könnt sie nur auswählen, wenn ihr auf dem Steuerkreuz, zum Beispiel auf dem Controller, nach unten drückt. Bleibt abzuwarten, ob wir irgendwie sagen können, pass auf, die dritte Waffe ist jetzt eine Flatline. Die möchte ich jetzt aber als Main-Waffe tragen, weil ich vielleicht ein geiles Magazin gefunden habe. Ob du erst die Waffen droppen musst und dann die Reihenfolge beim Aufheben beachten musst, oder ob man per Tastendruck die Waffen dann durchwechseln kann vielleicht. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Fähigkeit. Die taktische Fähigkeit. Du schießt ein Projektil auf einen Gegner. Der Gegner wird gedubufft. Was bedeutet, dass seine Waffe, die er abfeuert, überhitzt. Ähnlich so wie bei der L-Star. Und sobald die Waffe überhitzt ist, gibt es eine Reaktion. Und die sieht folgendermaßen aus. Der Gegner bekommt von seiner eigenen Waffe Schaden. Das finde ich extrem geil. Und beim Abfeuern oder beim Halten der taktischen Fähigkeit kann man 1A auf einen Gegner vorher draufvisieren, damit man den gut trifft. So weit verstehe ich das auf jeden Fall. Und wenn ihr ganz unten jetzt guckt. Assault-Klasse Axis Red Loot Bins Carry Extra. Das ist das, wovon ich letztens gesprochen habe. Diese neue Lootbox, die für die offensiven Legenden gedacht ist, wo man dann erweiterte Magazine und so einen Schnickschnack für die Waffe usw. drin findet. Das bedeutet, das passt auf jeden Fall sehr zu Season 16. Und die ultimative Fähigkeit nennt sich Weapon Enhancer. Damit kannst du dein gesamtes Squad buffen. Was sehr interessant ist. Du aktivierst das und die Mates, die in der Nähe sein müssen, also die können sich nicht am Arsch der Welt befinden, die bekommen einen Buff, schnelleres Nachladen. Wenn du gerade keine Waffe in der Hand hast, hast du also deine Waffe geholstert, kannst du schneller rennen als Teammate und bekommst für einen bestimmten Zeitraum unendlich Munition. Richtig, richtig geil. Und der Vorteil bei Ballistic wird sein, dass die Waffe, diese dritte Waffe, die du geholstert hast, also diese zusätzliche Waffe ohne deine Aufsätze, die wird auf einmal Gold, bekommt ein Gold-Upgrade. Das ist der absolute Hammer. Also das klingt mega, mega interessant. Einzig die Frage stellt sich mir, wenn dieser Buff vielleicht vorbei ist, ob dann die dritte Waffe sich wieder downgradet zu einer Standard-Waffe. Sonst könntest du ja theoretisch sagen, ich droppe jetzt die dritte Waffe für einen Mate, der dann eine goldene Waffe hat. Müssen wir mal sehen, ob die da irgendwo mit diesen Fähigkeiten einen Riegel davor schieben. Ich jedenfalls finde die Fähigkeiten von Ballistic extrem interessant. Und optisch könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich alles so passt für Season 16. Ladies and Gentlemen, Daumen da lassen, Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und natürlich Kommentare nicht vergessen.